Die Altmark und der Elbhafe-Winkel. Hier lässt es sich leben. Ein entspanntes Leben auf dem Land und trotzdem nicht ab vom Schuss. Die Altmark ist perfekt für dich, wenn dir die Luft in der Stadt zu dick wird, du aber dennoch ganz schnell dort sein möchtest. Besser noch, du musst dich nicht einmal für eine Stadt entscheiden. Denn die Altmark und der Elbhafe-Winkel bilden eine grüne Oase inmitten von mehreren Metropolen. Berlin und Hamburg, Wolfsburg, Magdeburg und Hannover. Alles nur einen Katzensprung entfernt. Vom ICE-Bahnhof Stendal bist du in unter einer Stunde am Berliner Hauptbahnhof. Da werden sogar manche hauptstädtischen Randbezirke neidisch. Wolfsburg erreichst du in weniger als 30 Minuten. Trotz dieser Nähe findest du hier Landleben pur. Inmitten malerischer Wiesen, Wälder und Elbauen verstreuen sich lebenswerte Städte, Dörfer und einladende Gehöfte. Und das Beste? Hier ist Wohnen noch erschwinglich. Erfülle dir deinen Traum vom eigenen Haus. Mit einem großzügigen Grundstück direkt im Grünen. Oder verlieb dich in einen romantischen Hof und hauche ihm neues Leben ein. Wir helfen dir sogar dabei, dein neues Zuhause zu finden. Mach dich schlau unter luxusderlehre.de Auch deine Kinder werden es hier lieben. Kitas und Schulen gibt es bei uns ausreichend. Und du bekommst sogar zügig einen Platz. Überall findest du Sport und Spielplätze, Freibäder und zahlreiche Ausflugsziele. Ganz zu schweigen von dem größten Spielplatz hier. Der weitläufigen Natur, in der man eine wundervoll unbeschwerte Kindheit genießt. Die besten Freunde wohnen direkt nebenan. Und zwar nicht nur die deiner Kinder, sondern auch deine. Denn in unserer Region bist du ganz schnell auch mittendrin in der Gemeinschaft. Im Verein, bei den zahlreichen Kulturveranstaltungen und Festen oder einfach nur so. Woanders arbeiten, hier leben. So machen es viele Neualtmerker. Muss aber gar nicht sein. Denn auch hier gibt es jede Menge spannende Unternehmen auf der Suche nach Fachkräften. Auch wenn du im Homeoffice oder freiberuflich arbeitest. Hier findest du alles, was du brauchst. Und klar, schnelles Internet gibt es hier auch. Oder mach dich selbstständig und starte hier dein eigenes Projekt. Ob es nun eine Geschäftsidee ist, eine Immobilie, die du selbst sanierst, oder ein anderer Lebenstraum, den du dir verwirklichen willst. Die Kommunen in der Altmark und im Elbhavelwinkel stehen dir mit Rat und Tat zur Seite. Und deine Nachbarn auch. So macht man das hier einfach. Genieße die Vorzüge des Landlebens, ohne auf die Stadt verzichten zu müssen. Komm vorbei und lerne unsere Region kennen. Die Altmark und der Elbhavelwinkel. Hier lässt es sich leben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das war's für funk, 2017 Das war's für funk, 2017 Das war's für funk, 2017 Vielen Dank.